Karl von Frisch, hier im 95. Lebensjahr, hat immer wieder Lehrmeinungen, die er nicht teilte, in Frage gestellt. Er berichtet jetzt selbst. Es war damals die Meinung verbreitet, dass Insekten und alle wirbellosen Tiere total farbenblind wären. Das schien mir aber nicht glaubhaft, denn Bienen spielen bekanntlich eine große Rolle bei der Bestäubung der Blüten. Sie sammeln an Blumen Nektar und Blütenstab und es ist schon lange die Meinung gewesen, dass die Farben der Blumenkronen ein Mittel sein, zusammen mit ihrem Duft die Bienen anzulocken. Und das spricht doch dafür, dass die Bienen Farben sehen. Aber wie kann man das nachweisen?